willkommen zu einer neuen episode des engineering kiosks dieses mal haben wir eine richtig freie diskussion wie direkt vor dem kiosk und zwar über hypes und karrierepfade oder wahrscheinlich wie er andy sagen würde karrierepfade die folge ist eigentlich aus einer vordiskussion entstanden in der andy machine learning als hype bezeichnet hat und das konnte ich natürlich einfach nicht auf mir sitzen lassen daher habe ich auf den record button gedrückt und wir haben diskutiert ob studenten und engineers sich hypes widmen dürfen oder vielleicht sogar sollen ob wir jobtitel gut finden über engineering gehälter und wie privilegiert developer heutzutage sind und über andys fünf jahres plan der seine täglichen entscheidungen beeinflusst hast du gehört von dem alphabet google deep mind programmierer dem artificial programmierer nee das letzte was ich glaube ich gehört habe irgendwas mit habe ich starcraft und starcraft bot gebaut oder ähnliches das war glaube ich die letzte meldung bevor ich glaube die kam nach dem dem go spiel okay die die kann ich zum beispiel wieder überhaupt nicht die meint ist ja von von alphabet irgendwie subsection unter firma die die vor allem im research bereich unterwegs ist und die haben jetzt bei so code challenges mitgemacht mit ihrer ai und haben es geschafft eine ai zu bauen die gleich gut performt wie 54 prozent aller programmierer bei so coding challenges also du meinst jetzt nur so sortieralgorithmen oder so doku automatisch lösen so was halt genau die frage ist ja werden wir dann alle ersetzt in zukunft von diesen diesen programmen weil dann nur mehr ein business mensch irgendwie sagt ich hätte gern diese und diese funktion und dann gibt es da irgendeine ai die automatisch den code programmiert glaube ich jetzt nicht zumindest nicht in in naher zukunft aber ich meine wir haben das ja schon bei bei github copilot gesehen die haben ja sowas ähnliches rausgebracht du du schreibst habe in kommentaren was du was du haben möchtest und der schreibt ihr dann so mehr oder weniger den code ein richtig genau das geht geht eigentlich in einer extrem ähnliche richtung das ist open ai von von github oder die die engine die dahinter liegt und die geht eigentlich in in einer sehr ähnliche richtung ja ich glaube die engine oder oder es basiert alles auf dem gpt3 modell generative pretrained transformer modell ist im bereich deep learning aber auch beim github copilot projekt hat man ja auch schon gesehen da gab es so ein paar also es ausprobiert ich habe es nicht ausprobiert nee weil ich finde es super interessant als prototyp und allem drum und dran aber ich gebe zu ich bin noch ein bisschen skeptisch ja also immer wenn so eine so eine so eine meldung rauskommt machine learning artificial intelligence super cool was sie da gebaut haben euer wohlstand ist ja auch noch auf stahl basierend in in duisburg keine kein wunder dass du dafür von neuen sachen nicht fehl hält nein darum geht es nur gar nicht ich sage nur die die applikation kann von weiß ich nicht auf dem level von ganz wenig leuten weltweit gebaut werden ganz wenig und und wenn man sowas sieht dann dann möchte jeder sofort in den bereich machine learning artificial intelligence sowas möchte ich auch und sowas müssen wir bei unserer firma auch ein einführen doch diese menschen haben da ich glaube ihr ganzes leben lang der forschung gewidmet und und ich bin mir gar nicht sicher ob die leute wirklich verstehen was da los ist wie das funktioniert ich muss auch zugeben ich habe von dem ganzen thema relativ wenig ahnung doch ich sehe nur immer immer wieder immer so eine meldung kommt super viele leute wollen irgendwie auf diesen hype aufspringen und denken das ist jetzt meine karriere und da muss ich auch an da bin ich mir nicht sicher ob das so so richtig ist du glaubst also es braucht in in zukunft auch noch normale normale programmierer oder oder andere normale normale jobs im it bereich was heißt normale jobs ich meine wenn ich wenn ich machine learning engineer bin ist das ja normaler job ich sage nur nur weil eine super gute firma so ein tool dahingestellt hat heißt das nicht dass das jetzt der hammer für jeden nagel ist wobei man muss natürlich auch sagen jetzt keine ahnung wenn ich wenn ich mysql verwende muss ich nicht mysql verstehen im detail ich verwende ja auch nur andere software so könnte die software ja genauso verwenden die jemand anderer programmiert die da die intelligenz hat das ist richtig aber jetzt nehmen wir mal an diese ganzen programme hier von deepmind sind selbst lernt gehe ich mal stark von aus und hoffentlich das bedeutet natürlich auch die können nur das lernen was du denen gibst und da gibt es ja auch in der industrie recht viel probleme dass wenn das dataset mit vorurteilen behaftet ist dass die logik natürlich dann auch mit vorurteilen behaftet ist ja also steht steht in steht out das heißt du du glaubst es braucht mal gute gute entwickler überhaupt damit die input daten irgendwie sinnvoll sein können das hast du jetzt gesagt und deswegen habe ich auch gefragt wo haben die daten her weil ich meine github ist super ja ich serve den ganzen tag auf github und ich kriege auch super viel inspiration von github aber da liegt halt auch recht viel kram rum der gegebenenfalls auf dem basis auf dem gegebenenfalls nicht gelernt werden sollte wobei wenn man sich überlegt wenn du nur besser kann besser sein kannst als der durchschnitt ob das nicht schon für 99 prozent der fälle auch ausreichend ist weil wie oft wie oft schaust du in irgendeiner library rein die du verwendest wenn du irgendeine javascript library einbindest oder so dir ist doch komplett egal wie dieser code aussieht hauptsache es funktioniert da ich sehr sehr wenig javascript mache und ich gehe stark davon aus meine javascript sachen die ich habe viel zu viele dependencies nimm deine code libraries ja ich sollte ich sollte glaube ich öfter mal in die dependencies gucken du hast natürlich einen punkt aber auf der anderen seite wie stelle ich die auf der anderen seite stelle ich auch die frage in wie weit ist das denn auch wirklich sinnvoll ja okay du hast jetzt eine logik die schreibt jetzt diesen löst jetzt diesen diese diese programmiert challenge ja diese programmiert challenges sind natürlich genau wofür gibt sie ja die gibt sie zum einen zum spaß ich glaube wenn man sich ein bisschen weiterentwickeln möchte dann gibt sie glaube ich für recruiting zwecke training von sich selbst vielleicht weil ich meine soviel ich weiß diese ganze algorithmik optimierung von algorithmen ist ja auch ein sport gibt es ja auch wettbewerbe drin ich meine russ cox aus dem aus dem go team hat sowas mal kompetitiv gemacht früher aber ich meine wie soll das dann jetzt später aussehen heißt das dann wir schreiben was wir genau haben wollen einmal ein fließtext und dann kommt die mind rum und die bezahlen wir dass die applikation dahingestellt wird oder das ist eine gute frage aber ich finde es eigentlich schon irgendwie verlockend weil wenn ich mir so überlegt meine meine programmier arbeiten 90 prozent davon sind eigentlich langweilig die hat man im kopf und die weiß man ganz genau wie man sie programmieren sollte und man schreibt die einfach so so runter und da ist nicht viel dahinter da denkt man nicht scharf nach sondern es ist halt einfach nur coding und wenn dieser teil irgendwie übernommen werden könnte von der ei dass ich wirklich sage okay ich will da jetzt ein login formular aber macht mir dieses login formular einfach inklusive logik dann finde ich das schon ziemlich verlockend für mich als programmierer weil dann kann ich mir mit dem schwierigeren dingen auseinandersetzen ich meine du hast du hast natürlich schon einen gewissen punkt in der hinsicht dass die meisten applikationen die geschrieben werden bereits auf gelösten problemen basieren login formulare ich lese was in die da ich lese was der datenbank ein aus ich schreibe was in die datenbank ich update und lösche einen datensatz ja berühmte crud create read update delete ich zeige etwas an eine listen view ich habe ein step wizard einem formular stimmt schon ich habe die tage einen lustigen lustigen tweet gelesen die software-entwicklungsindustrie die it-industrie ist die einzige industrie wo das interview härter ist als der eigentliche job hast du das als hiring manager auch immer so gehandhabt nein ich habe basis programmier skills abgefragt und aber ich habe dabei immer versucht dem kandidaten der kandidatin die chance zu geben aus ihren eigenen programmiererfahrungen zu erzählen ja also das bedeutet wenn ich da jetzt irgendwas über einen b3 index von mysql abfrage dann kann ich das war vielleicht beantworten aber vielleicht nicht der kandidat dafür kann der kandidat mir was über hot partitions bei dynamo db erzählen ja wo du von ich relativ wenig ahnung habe oder nur weil ich keine details über hot partitions dynamo db kenne heißt das ja nicht dass man nicht sehen kann ob die person die wahrheit sagt oder nicht also ob die person weiß wovon sie redet oder nicht ich denke das kommt man sehr gut raus und ein paar basis programmier sachen sollte man können ich erwarte jetzt kein 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 merge sort aus dem kopf aber weiß ich nicht wir haben da sehr oft einen test gemacht einen kleinen test man hat eine funktion man bekommt string rein und soll eine boolean zurückgeben und die funktion soll erkennen ob der das argument ein palindrom ist also ein ein wort was von vorne und von hinten gelesen werden kann so wie zum beispiel anna aber das ist ja so ein so ein klassisches rätsel worüber sich auch viele viele beschweren dass man solche solche fragen überhaupt stellt und das kugel zum beispiel ja extrem als beispiel auf diesem zug aufgesprungen ist und und recht viele von diesen klassischen algorithmen fragen auch in interviews hat das ist korrekt und wir haben aber auch sehr viele alternativen geboten und zwar wenn du es nicht programmieren konntest weil zum beispiel du nicht an einer ordentlichen lassatur gesessen hast oder die ide nicht die war mit der du dich auskennst oder ähnliches dann haben wir die ganze thematik einfach durchgesprochen ja wie würdest du das machen und was würde passieren wenn der string der reinkommt so groß ist dass er gar nicht zweimal in den speicher passt in den arbeitsspeicher und so weiter und so fort also sowas kann man ja durchsprechen das muss man ja nicht alles programmieren und da merkt man schon welche welche lösungsansätze da rauskommen jetzt wenn du wenn du jetzt schon sagst okay eis ist ist so ein hype und du als duisburger infrastruktur mensch würdest natürlich jedem infrastruktur empfehlen wenn sich jemand spezialisieren will oder oder soll was würdest du denn du jetzt empfehlen jetzt wenn wenn keine ahnung wenn ich jetzt zurückdenke ich war student in meinem studium und dann hört man überall ei und alles geht in diese richtung und und jeder will machine learning machen würdest du jetzt zu einem studenten empfehlen lasst es doch sein konzentriert dich auf netzwerk technik moment mach ich doch mein hund zerlegt gerade einen teppich einen moment könnt ihr schon ein bisschen investieren für dieses podcast das so ein teppich es gibt kollateralschäden es war kein teppich es war ein teil der türdichtung es ist ja gut wer belüftung muss ja auch sein also wo waren wir bei dem empfehlen für den studenten soll der dann netzwerk technik lernen ich sage nicht dass das machine learning artificial intelligence ein negativer hype ist ganz und gar nicht ich denke hypes gibt es auch im bereich data science devops site reliability engineering also auch im infrastrukturbereich was was wäre so ein hype im infrastrukturbereich wo du sagst da springen jetzt irgendwie alle auf und eigentlich ja muss man schauen ob es was wird oder ist vielleicht schon bewiesen dass es doch nicht so toll war ich denke gerade ein hype im infrastrukturbereich ist auf der einen seite devops auf der anderen seite site reliability engineering es gibt eigentlich keine klassischen systemadministratoren mehr jeder ist irgendwie devops devops engineer site reliability engineer aber im endeffekt machen sie alle das gleiche was sie schon vorher getan haben und das ist für mich irgendwie hype driven titling oder ähnliches also man wechselt den job titel weil es jetzt seit reliability engineering von google durchs dorf getrieben wird oder ähnliches obwohl das fundamental was anderes ist aber ist das nicht auch eine andere einstellung also wie wie so ein job aufgebaut ist wie die verantwortungsbereiche und so weiter aufgebaut sind also steckt da nicht ein anderes mindset dahinter wie so eine stelle angelegt ist und sagt das dann nicht auch etwas aus wie wir firma arbeitet und wie die atmosphäre dort ist und die herangehensweisen ja völlig völlig natürlich hat der job titel site reliability engineer etwas zu sagen dann angenommen es wird ein devops engineer gesucht das ganz eng gesehen ist das eigentlich schon falsch weil devops ja keine keine jobstelle ist sondern eher eine kultur wie man zusammenarbeitet nur also es ist ja ich sage das ist ja genau das was ich sage es ist ja fundamental was anderes und man kann nicht einfach einen existierenden job rebranden und den dann genauso weitermachen denn das ist für mich einfach so oh wir müssen jetzt dem hype folgen sonst kriegen wir keine talente mehr oder ähnliches also nehmen wir mal nehmen wir mal zeit reliability engineering zeit reliability engineering besagt eigentlich oder die originaldefinition ist eigentlich man beauftragt software engineers mit dem operativen betrieb von systemen und die der grundgedanke dahinter ist dass vielmehr automatisierung angelegt wird und die ganze sache nicht von einem klassischen system administrator mindset ich gehe jetzt mal ganz weit zurück das bedeutet ich logge mich auf die maschine ein debugge das und und führe dann drei befehle aus sondern dass man natürlich abhängig von der größten infrastruktur mehr und mehr automatisiert vielleicht sogar ich nehme jetzt mal ein buzzword in den mund selbst heilende systeme anstrebt kubernetes ist ein gutes beispiel wenn dort ein server wegfliegt dann versucht ja kubernetes auch die die workloads auf einem anderen server zu übertragen natürlich gibt es dann eine degradation im system aber ähm der grundgedanke ist eigentlich dass das system ich jetzt mal selbst heilend ist aber warum warum darf jetzt ein student der das alles cool findet und in dem bereich arbeiten will weil das halt die neue technologie ist oder neue neue kultur wie du auch richtig sagst warum darf der nicht auf diesen zug aufspringen also jeder darf auf diesen zug aufbringen super und ich finde das auch finde das auch toll ich meine jeder kann ja machen was er möchte ich sage nur dass das halt ein hype ist der durch die industrie getrieben wird und dass es nicht mit dem rebranden des job titels getan ist weil in der regel gehört ja viel mehr zu ja die organisation drumherum gehört dazu wie sich das team verhält und wie das team auch die arbeit aufbaut und angeht und und welche quartals oder jahresziele sich die betriebsabteilung betriebsabteilung nennen was mal setzt oder wie die entwicklungsabteilung mit der infrastruktur abteilung zusammenarbeitet also es ist ja nicht damit getan dass jetzt job title a durch job title b ersetzt wird sondern sondern es ist eine kultur änderung also da muss ja da muss ja viel mehr gemacht werden nehmen wir mal im infrastrukturbereich site reliability engineering wie man auf ausfälle reagiert blameless post mortems dann sich eigene slas sli slo setzt mit die an die quartalsziele gegebenenfalls geknüpft sind etc etc also da gibt es ja so viel aber ist so ein hype dann nicht genau gut um so eine kultur zu fördern und einzuführen in den firmen ich denke er könnte ein anstoß sein doch nehmen wir mal das devops movement das ist ja jetzt nicht erst seit gestern da das existiert ja schon ein paar jahre und zumindestens hier auf dem deutschen markt sehe ich den push von den ganzen individuellen kontributern die wollen das die viele viele verstehen auch dass devops kein kein job titel ist sondern eher eine kultur doch das management die teamleiter das mittelmanagement die die chefetage da will man das nicht verstehen oder hat vielleicht auch ganz offen gesprochen keine zeit oder interesse das zu verstehen ja was auch okay ist weil die beschäftigen sich jedenfalls mit anderen problemen aber ohne dass ohne den rückhalt von diesen ebenen kann man keine kulturänderung in der firma vollziehen da kann da können die individuellen kontributern noch so pushen okay aber umso besser ist es wenn studenten darauf aufspringen und das pushen oder ich denke dass dies guter start ist ich denke aber auch sofern sie keinen erfolg in der jeweiligen firma haben werden die recht schnell die firma wechseln wo das verständnis da ist und das würde bedeuten dass über kurz oder lang sehr viele firmen im deutschen bereich ein enormes problem mit fachkräften haben und das tut mir leid das tut mir auf der einen seite leid für die firmen das tut mir auf der anderen seite leid für die nehmen wir mal dann beispiel von studenten die es dann probiert haben und eine negative erfahrung gemacht haben und ich hoffe dass diese leute dann den mut haben die firma zu wechseln und das erneut zu probieren und nicht aufgeben ja weil das ist also man ich kann mir schon vorstellen dass das sehr sehr viel kraft auch benötigt nochmal einen zweiten push zu machen weil man weiß ja oh das hat bei der ersten firma schon nicht geklappt aber ich glaube das ist extrem wichtig dass ich nenne es jetzt mal einfach die jungen leute genau das vorantreiben und pushen und und das war mir zum beispiel auch immer extrem wichtig wenn wir newcomer hatten in im team ihr habt immer alle ermutigt dass sie wirklich den frischen wind den sie reinbringen können auch wirklich reinbringen in das team und dass der auch aktiv bleibt im team dieser frische wind dass sie sachen kritisch beurteilen irgendwie neue ideen reinbringen und auch wirklich dumme fragen stellen weil genau diese dieser dieser frische wind von von außen und diese diese neue sicht ist extrem wertvoll und ich glaube dass es extrem wichtig ist dass die leute pushen und die meisten und die meisten personen teilweise auch studenten die wir als studentische mitarbeiter angestellt haben wussten gar nicht wie viel macht sie eigentlich haben indem sie einfach fragen stellen und gewisse andere sichtweisen mit ins team bringen wenn sie neu sind die extrem wertvoll für team waren also ich würde fast sagen diese dieses ganze hype driven development wie du es nennst kann auch etwas positiv haben weil einfach diese hypes in die teams getragen werden und deshalb der frische wind ist der pusht und du hast sowieso genug alte leute die auf der anderen seite sind die vielleicht stur auf ihren alten technologien sitzen und auf keinen fall eine änderung wollen und ich glaube es ist halt diese diese mischung die das einfach ausmacht dass du dass du dich dann irgendwo in der mitte triffst und und sinnvolle technologien wirklich rausfilterst und dann aber auch verwendest und da sind diese jungen leute extrem wichtig und ich glaube da sind die hypes auch wichtig weil sonst finden die technologien oder neue herangehensweisen gar nicht den weg in die in die firmen und in die teams da bin ich ja bin ich ja auch voll bei dir und ich bin auch ich bin da auch einer meinung mit dir dass neue leute sei es sei es studenten oder von mir aus auch leute die schon 40 jahre berufserfahrung haben und von woanders kommen frischen wind mit reinbringen dass man dass man diese meines erachtens nach sogar super power auch nutzen und fördern sollte ja also da bin ich da bin ich voll bei dir doch wo ich kein fan von bin ist ähm man hat irgendwas jetzt wieder bei bei heise gelesen und sagt genau das gleiche brauchen wir auch und nächsten tag launch man irgendeinen neuen service bei aws und schmeißt da ein gigabyte daten rein und hofft sich dass man das gleiche ergebnis hat wie die mind ja also dass man dass man nicht einfach ähm irgendetwas nimmt was man drüben gesehen hat und einfach blind auf auf die eigenen firmen probleme anwendet kommen wir mal weg von diesem machine learning ein anderes beispiel wäre mono repos mono repos versus verschiedene git repositories das ist alles super also google hat einen riesen mono repo und ein code change ein ipi change in einer library kann dann komplett an allen applikationen gemacht werden klasse und in der theorie sieht das auch super aus in der praxis ist es doch alles ein bisschen komplizierter weil man muss dafür wissen dass google enorm viel arbeit und energie da rein gesteckt hat sich das tooling um die mono repos maintainen zu können drum herum selbst gebaut hat und dies nicht veröffentlicht hat wohingegen die klassischen continuous integration systeme so gebaut sind auf einem repo zu operieren und gar nicht mit mono repos zu arbeiten das bedeutet das tooling in der open source szene und das was die firmen eigentlich gewohnt sind ist gar nicht da was ich damit sagen möchte einfach das stichwort mono repos in die runde zu schmeißen und dann zu sagen das müssen wir machen weil da haben wir einen kleinen vorteil aber 35 nachteile und dann alle repositories auf mono repos umzuziehen und dann auch die probleme schauen wir nochmal und dann ist das team irgendwie die nächsten drei monate damit beschäftigt tooling drum herum zu bauen das meine ich eigentlich mit hype driven development dass man dass man sich die thematik vielleicht ich sag nicht bis ins kleinste detail ansieht das sag ich nicht wir hatten mal über innovation tokens gesprochen ein bisschen risiko muss man da gegebenenfalls auch gehen doch ich sag immer so schön man sollte mal einen fall draus machen ja man sollte sich da wenigstens ein bisschen ein paar vorteile aufschreiben paar nachteile und fundamental zu sagen okay welches problem möchte ich eigentlich mit dieser änderung lösen und wenn wir wieder zurückkommen auf diese auf diese job titles machine learning artificial intelligence data science devops sat reliability engineering ich tue mir da halt immer ein bisschen schwer weil es gibt halt keine industrie definition davon ja also nehmen wir mal data science ich bin jetzt data scientist und in manchen firmen machen was was war bitte die die definition von administrator früher da gibt es auch keine definition von dem job title hat es nie eine definition gegeben ja richtig da gab es aber keine 35 von da gab es ein system administrator und das hieß es dann und jetzt gibt es ja data analyst und manche sagen der data scientist ist dann die die nächste stufe vom data analysten und da muss ich mal ganz ehrlich fragen ist das denn so weil guckt man die stellen ausschreibung aus kann man da wirklich querlesen das was ein data analyst macht macht teilweise ein data scientist teilweise ist das der karriere fahrt teilweise sind das einfach zwei verschiedene rollen dann gibt es noch business intelligence analyst ist das das gleiche wie ein data analyst und data scientist verstehst du inzwischen habe ich das gefühl für eine ich will noch niemals sagen ähnliche arbeit weil weil es gibt ja keine definition das bedeutet natürlich auch dass jede firma diese jobs für sich komplett definiert das bedeutet aber auch wenn ich jetzt data scientist bin dass ich nicht einfach ich bin data scientist und gehe jetzt zu firma b und mache genau das gleiche das stimmt natürlich und auch von der von der größe je nach größe der firmen unterscheiden sich die jobs extrem aber ich glaube das ist auch so ähnlich wie senior engineer wenn du bei google ein senior engineer bist kann ja die haben levels okay aber oder eine andere große firma und du bist senior engineer ist wahrscheinlich ein unterschied als wie wenn du bei einer drei mann firma irgendwie aus aus wie heißt die stadt in deutschland die es eigentlich gar nicht gibt bielefeld oder wenn du in einer drei mann firma in bielefeld bist wo du einfach senior engineer bist dann wirst du wahrscheinlich auf einem anderen level sein als wenn du am google senior engineer level bist und so sehe ich das halt auch bei anderen bereichen also ich glaube du musst immer immer checken wo wo ist diese position angesiedelt in welcher firma in welchem environment wie ist die angelegt wie schaut das team aus was macht das team und ich glaube man kann das nicht ganz allgemein über eine allgemeine definition machen weil auch developer was wie ist developer definiert developer kann alles sein sogar in bielefeld ich stehe dem begriff senior senior engineer auch sehr kritisch gegenüber einfach nur deswegen weil es keine industrieweite definition gibt beziehungsweise keine vergleichbarkeit dazwischen zwischen den rollen nehmen wir mal senior engineer man kann sagen man wird senior engineer wenn man fünf jahre berufserfahrung hat ist das gut schlecht weiß ich nicht das ist zu wenig zu viel weiß ich jetzt auch nicht nur was sagen denn fünf jahre berufserfahrung aus fünf jahre berufserfahrung kann bedeuten ich habe fünf jahre lang den job gemacht und mache seit fünf jahren eigentlich genau den gleichen job denn ich schreibe login formulare das wären für mich aber eher fünf mal ein jahr erfahrung und nicht fünf jahre erfahrung in fünf jahren erfahrung würde ich schon schon schätzen dass die person sich weiterentwickelt hat und natürlich auch nicht nur tickets aus dem jahre board nimmt und bearbeitet sondern vielleicht auch mal selbst tickets schreibt selbst projekt texte schreibt selbst probleme aufzeigt und so weiter und so fort aber aber hättest du eine lösung dafür oder also ohne ich glaube dass es schwierig ist eine definition zu finden und ich glaube auch nicht wirklich dass es da eine möglichkeit gibt das problem zu lösen also ich denke nicht dass wir industrieweit auf eine definition von senior engineer oder ähnliches kommen werden was ein guter ansatz ist ist die ganz klare definition von karriere faden das bedeutet welche kriterien muss jemand erfüllen der vom junior engineer auf ein mid level engineer und vom mid level engineer auf ein senior engineer aufsteigen möchte welche welche kriterien soll da erfüllt werden und das das kann jede firma ja selbst definieren und da gibt es zum beispiel ein paar gute ein paar gute beispiele von circle ci circle ci hat eine recht große matrix eine große excel matrix die sagen okay wir haben wir haben auf der auf der x-achse haben wir junior engineer mit level engineer senior engineer und so weiter und auf der y-achse haben wir kategorien wie project management teamleitung code reviews und so weiter und dann in jeder in jedem achsenpunkt gibt es dann einen kleinen text zur erwartungshaltung und die haben sie veröffentlicht da kann man dann relativ objektiv sagen okay diese person ist senior oder diese person der fehlt im bereich project management noch noch diese drei punkte so machen das ja eigentlich die großen hier facebook meter google uber und wie sie alle heißen ja auch und deswegen gibt es ja inzwischen auch möglichkeiten die levels bei den großen fun companies miteinander zu vergleichen und deswegen ist ja auch das wort down leveling ihr wirklich ein thema das bedeutet wenn jemand von amazon nach google wechselt und der ist bei amazon principal engineer muss das nicht unbedingt heißen dass er bei google principal engineer wird ja sondern er kann da auch runtergestuft werden als ich glaube das level darunter wäre staff engineer oder ähnliches also dieses down leveling ist ja wirklich ein ding okay aber das zeigt dann also wirklich dass es eigentlich nicht möglich ist irgendwie eine industrieweite definition zu machen maximal innerhalb einer firma und sogar da ist es teilweise schwierig glaubst du dass es möglich ist komplett ohne solche levels und und titel durchzukommen also trivago war ja da auch lange zeit oder immer noch bin mir gar nicht sicher vor allem rolf damals als ceo von trivago war ein großer befürworter dass wir keine titel haben glaubst du dass es grundsätzlich möglich ist ich denke dass es grundsätzlich möglich ist bei trivago hat ja funktioniert meines erachtens nach daran kann man jetzt streiten da sind wahrscheinlich einige andere meinung also ich habe auch keine lösung ob man immer nur titel einführen sollte oder ob man titel weglassen sollte da habe ich jetzt keine lösung ich glaube es gibt ein für und wieder für beide bereiche besonders wenn die wenn die firma sehr hierarchie driven ist nennen wir es mal dann dann sagt natürlich auch schon mal so ein titel was aus ja mit wem spricht man da wie viel erfahrung hat die person und dann wird die person gegebenenfalls auch ganz anders wahrgenommen haben und ich denke schon dass für gewisse personen gruppen das bleiben wir mal bei einem developer team glaubst du dass das so ein developer team ohne titel funktionieren kann ich denke umso weniger entwickler es sind umso besser funktioniert es ich denke die komplexität und problematik kommt umso mehr entwickler die abteilung beziehungsweise firma wirklich hat ja das glaube ich das glaube ich auch und ich glaube auch dass das viele personen titel wollen einfach um um auch den wachstum vielleicht in irgendeinem titel zu manifestieren auch wenn jetzt persönlich überhaupt kein freund davon bin und ich das persönlich auch nicht unbedingt als wichtig empfinde aber ich glaube viele leute wollen das und was dann schon auch dazu mit reinspielt und das hast du ja auch als beispiel schon genannt dass die ganzen großen firmen die funktionieren mit diesen titeln und sobald du nach außen gehst wir hatten zum beispiel bei trivago im lang keine titel oder es gibt immer noch keine titel und wenn du aber mit der mit der welt dort draußen kommunizierst wenn du zum beispiel mit rekrutern kommunizierst ich hatte mal ein gespräch mit dem recruiter denn irgendwie gemeint hat ja ich soll doch von meinem engineering manager senior engineering manager schreiben weil es ist so üblich in der branche und und das verkaufe mich unter wert und da kommt natürlich von außen sofort dieser druck rein und wenn du dann nie senior warst in deiner firma wie wirst du dann irgendwo anders sie für ein senior bewerben und so weiter also es gibt schon extremer druck der auch von außen rein kommt und ich glaube mittlerweile habe ich eigentlich meine meinung geändert dass es extrem schwierig ist glaube ich wirklich ohne titel auszukommen weil es einfach so ein druck überall ist auf die industrie diese titel zu haben ich bin persönlich immer noch kein freund von von titel und ich glaube in kleineren firmen ist es auch nicht nötig aber in einer großen firma ohne ein system auszukommen glaube ich mittlerweile dass es auch nicht mehr möglich ist beziehungsweise nur wenn das sehr sehr gut irgendwie verankert ist in der firma dass das ohne funktioniert und man da irgendwie sinnvolle lösung findet wo extrem viele und vor allem das management dahinter stehen sonst wird es extrem schwierig meiner meinung nach aber ich meine da da sind wir doch schon wieder bei dem hype ja also einfach ein senior vor deinen software engineer zu knallen bringt es ja nicht du hast ja kein kein fundament was bedeutet das ja wieso wieso darfst du wolfgang senior sein und ich nicht wenn du aber einen fall daraus machst wenn du eine definition mit deinen kollegen erarbeitest was das denn eigentlich heißt welche kriterien erfüllt sein müssen dass du senior bist dann ist das ja auch alles fein ja dann kannst du das ja machen dann ist es ja aber kein hype mehr sondern habt ihr alle da kontinuierlich und und wirklich gut drüber nachgedacht ob ihr das nutzt und so weiter ich vergleiche das immer recht gern mit mit dem doktor zum beispiel oder einem master und ich habe da einfach so viele unterschiede gesehen an der uni wer wer einen doktor bekommt wer einen master bekommt wer bachelor bekommt wer diese titel bekommt da gibt es einfach solche unterschiede zwischen dem level von personen und die bekommen alle den gleichen titel und vielleicht bekommen sie eine schlechtere note für den doktor aber am ende steht da ein doktor vor dem namen und es fragt niemand mehr was war denn das für eine note und hat er den doktor wirklich verdient und sogar da in dieser in diesem bereich wo seit jahrhunderten diese definitionen bestehen und verfeinert worden sind sogar da finde ich ist es teilweise ich weiß nicht unfair nennen aber manchmal fragt man sich wie manche leute einen doktor bekommen wie hast du denn einen doktor bekommen ich habe einfach zehn jahre gewartet und irgendwann waren dann alles so fertig und und schon so aufgeweicht dass sie mir den doktor einfach gegeben haben aber aber kommen wir noch mal ganz kurz zu den zu den zu den job titels rüber ich meine job titels sind es ist ja auch ein problem oder es bringt natürlich auch eine ganze struktur mit drumherum beispiel angenommen deine firma hat jetzt job titels wer bestimmt denn wer auf das nächste level kommen kann oder wer bekommen darf das bedeutet also google und die ganzen großen die haben da so promotion komitees und das was man so liest ich habe da noch nie gearbeitet aber das was man so liest bedeutet okay du musst eine promotion mappe zusammenstellen an welchen projekten hast du gearbeitet welchen finanziellen und 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 business impact hattest du etc etc du musst also schon schon deine 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 erfolge dann zusammentragen dann dann gehst du vor dieses komitee und die schauen sich auch deine code reviews an und dann werden pull requests und etc und entscheiden dann ob du den nächsten titel bekommst oder nicht so das bedeutet natürlich auch oder es kann zu einem einem status führen wo wo du dann eigentlich nur noch für diese promotion arbeitest ja es gibt ja auch dieses sprichwort you don't make friends in silicon valley ähm was darauf bezogen ist dass es da nicht viel kollegiales gibt ja es gibt nicht so hey ich habe ein problem mit docker kannst du mir mal helfen sondern eher jeder jeder arbeitet dann eigentlich nur für seine nächste promotion weil diese promotion natürlich dann gegebenenfalls auch an an ähm an gewissen gehaltsrahmen gebunden ist ja also das bedeutet ein höherer titel höherer gehälter etc etc hat natürlich ganz andere incentives was ich damit sagen möchte es ist nicht einfach so schmeiß mal ziehen oder vor sondern da hängt eine ganze menge dran ich habe auch noch ein anderes negativ beispiel ganz ganz konkretes beispiel größere firma quasi konzern die aber nicht nur it leute haben die haben levels und die levels sind verknüpft natürlich mit mit gehalt ranges und das problem was jetzt haben damit sie die it gehälter mit dem markt matchen können müssen sie jetzt die levels von den mitarbeiter von den mitarbeitern und mitarbeiterinnen erhöhen damit die irgendwie auf diese levels kommen damit die irgendwie ein ähnliches gehalt bekommen wie am markt üblich ist das heißt die werden jetzt auf beispiel auf den senior gehoben obwohl sie eigentlich gar kein senior sind aber sie müssen auf senior level sein um überhaupt so ein gehalt zu bekommen das markt üblich ist das heißt in dem fall ist das ist das connected mit dem gehalt was glaube ich meiner Meinung nach sowieso ein großer fehler ist aber eigentlich bei allen natürlich in irgendeiner form verbunden ist dann gibt es natürlich solche probleme wie jetzt wo der markt teilweise um 10 prozent 20 prozent angezogen hat da musst du einfach dann diese diese leiter nach oben um überhaupt sinnvolle gehälter zu bekommen und das macht natürlich dann auch keinen sinn weil du wirst ja eigentlich nicht deine leute auf den senior heben obwohl sie kein senior sind warum bist du dagegen die job titles an gehaltsrahmen zu binden genau aus diesen aus diesen gründen weil du dann die flexibilität verlierst dass du vielleicht irgendwie gehaltsanpassungen machst also es wäre es wäre in dem fall möglich wenn du das auf positionen machst also dass zum beispiel jetzt developer data scientists bekommen allgemein höheres gehalt das wäre natürlich möglich dass du das dann irgendwie entkoppelst von diesen levels aber wenn die levels natürlich auch für jemanden aus der buchhaltung gelten aus dem marketing dann hast du da natürlich sofort sofort probleme mit den mit den gehaltsschema da in einer großen firma wo du halt tausende mitarbeiter hast aber ein job title sagt ja beziehungsweise auch etwas über die verantwortung aus also ein senior engineer der sollte meines erachtens nach auch mehr verantwortung haben als ein junior engineer und diese verantwortung muss natürlich in irgendeiner art und weise auch vergütet werden aber das das meine ja eben genau wenn du jetzt ein junior hast zum beispiel der bekommt aber zu wenig geld und damit du die juniors halten kannst musst du die erhöhen in ihrem gehaltsschema damit die dir nicht zu anderen firmen wechseln weil die einfach extrem niedrig eingestuft sind jetzt musst du dir auf ein höheres level heben damit du denen überhaupt mehr zahlen darfst company intern weil sonst darfst du die darfst du denen gar nicht das gehalt zahlen das am markt üblich ist ja moment aber du redest jetzt von der anhebung der title wieso werden die gehalts ranges nicht geändert weil die stau sind weil es ein riesen konzern ist ja gut da muss ich aber ja gut aber das ist ja nicht das problem von von levels sondern das ist ja das problem von der inflexibilität von gehaltsstrukturen ich meine die die ist unabhängig von dem entwicklermarkt von dem it-markt ja wir haben eine inflation und die inflation ist gerade gar nicht mal so wenig 4, irgendwas prozent 5 prozent pro monat irgendwie sowas haben wir gerade pro jahr und ja meine ich ja pro jahr schuldigung aber auf jeden fall da ändern sich natürlich auch die gehälter von leuten aus dem marketing aus der personalabteilung von der rezeption etc also diese müssen ja auch angepasst werden der inflation nach ja aber du hast du hast zum beispiel jetzt eben sries wenn du seit reliability engineer suchst dann hast du sicher einen stärkeren anstieg als die fünf prozent inflation zum beispiel da hast du am markt vielleicht jetzt 20 prozent gegenüber dem vorherigen jahr damit du leute bekommst und dann hast du dieses problem dass einer in der buchhaltung nicht so eine starke anpassung hat wie ein seit reliability engineer und damit bist du schon wieder weniger flexibel ich sage nicht dass das nicht lösbar ist aber nur zum erklären dass das bei größeren firmen und vor allem sobald du in so ein system rein kommst wo du das verknüpfst dass das durchaus zu einem problem führen kann ja das kann ich mir schon vorstellen ich muss dann zugeben dass aber auch eine große firma lernen muss sich den neuen gegebenheiten anzupassen ist ja auf dem wettbewerber markt eigentlich anders es gibt ja auch es gibt ja auch kleine firmen die groß konzerne angreifen und dann müssen die großen konzerne auch agieren klar also das aber das hilft dir halt weniger wenn du bei dieser firma arbeitest oder in dem team zum beispiel arbeitest aber du musst halt dann ja woanders hingehen und die firma muss es vielleicht lernen aber das ist halt gerade in großen firmen ein problem die keine it firmen sind oder tech unternehmen in denen die it abteilung halt ein kleinerer bereich ist und wenn du halt nur keine ahnung im tech bereich fünf prozent mitarbeiter hast und und davon haben dann 2,5 prozent so ein problem dann sagt die personalabteilung natürlich auch sollen wir jetzt unser ganzes modell umwerfen für die für das ein prozent von von der kompanie oder so da ist halt wenig verständnis da leider muss man muss man auch dazu sagen aber das ist halt ein konkretes beispiel das sie das sie persönlich kennen und ich weiß halt dass das große schmerzen bereitet den den leuten in dieser firma du redest natürlich jetzt von einer firma die das ein prozent der firma bedeutet das natürlich dass recht wenige software engineers da sind oder itler das sind natürlich ganz andere ganz andere gegebenheiten der firma und diese firma muss natürlich sich jetzt auch nicht mit den gehältern von google rumschlagen weil sie mit google zum beispiel ja nicht im wettbewerb steht die die stehen die stehen sehr wohl mit google im wettbewerb das ist einfach eine große firma großer konzern mit mit mehreren zehntausenden mitarbeitern oder oder noch mehr und die it abteilung von denen steht natürlich sehr wohl in konkurrenz mit google und die verlieren auch leute an google ja gut dann muss ich einfach zugeben dann muss der konzern meines erachtens nach da bin ich dann so hart und direkt und rohepottisch ja müssen damit klarkommen und sich anpassen also das leben ist kein ponyhof ja also man muss auf der anderen seite sagen als als mitarbeiter geld ist ja auch nicht alles also ich meine job bietet ja auch deutlich mehr als nur geld und ich bin auch der meinung dass man immer jemanden findet der mehr geld zahlt ja also das bedeutet auch wenn du als software engineer 400.000 euro im jahr kriegst gehe ich start schaffen aus du findest irgendjemand der 410 zahlt die frage ist nur was musst du dafür tun und hast du dann noch 40 stunden und was was kommt damit ja also ein höheres pricetag bedeutet auch höhere anforderung und deswegen bin ich auch ein ganz großer fan davon nicht immer nur auf geld zu schauen sondern was bietet der job die denn auch ja flexibilität lernmöglichkeiten kultur liebe zum produkt gegebenenfalls arbeitest du für eine firma die stellt einen einen autonomen trecker her der autonom ein feld umflügen kann ja wenn du wenn du passioniert für das feld agratec bist dann ist das eine sehr hohe produktliebe ich gehe aber mal stark davon aus dass die firma heckler und koch dir mehr gehalt zahlen würde weil die dann automatische waffen damit bauen würden und jetzt ist die frage was ist deine priorität ist das geld deine priorität ja oder oder legst du auch ein bisschen wert darauf für was du da arbeitest ja also ich will nicht nur sagen okay job titel und da bin ich dann jetzt ich wechsle jetzt die firma weil ich da drüben senior bin und dann kriege ich 2000 euro mehr ich empfehle nicht immer weiter zu springen nur weil jemand anders zahlt mehr zahlt ja ich glaube wir wir sind da in einer sehr privilegierten situation weil ich glaube dass die meisten engineers und data scientists und die in dem bereich arbeiten wahrscheinlich zu den top 5 prozent der gesellschaft gehören und dementsprechend auch verdienen und da hast du natürlich vollkommen recht ich glaube da da kann man durchaus auch mal vor allem wenn man wenn man schon mehr erfahrung hat dann dann werden glaube ich andere andere dinge einfach wichtiger wenn man dann 5 stunden weniger arbeiten muss in der woche nimmt man das auch gerne in kauf wenn man dann bisschen weniger verdient ich habe kollegen die sind freiwillig runter auf die haben einen 40 stunden vertrag die sind freiwillig runter auf 35 und irgendwann auf 30 weil sie mit dem gehalt klar gekommen sind und ihre freizeit höher bewertet haben als mehr geld und das finde ich persönlich eine super geschichte sofern natürlich alle grundbedürfnisse gedeckt sind ja genau man muss natürlich auch dazu sagen dass engineering jobs so gut bezahlt sind dass du dir das auch leisten kannst auf 30 stunden runter zu kommen und trotzdem noch leben kannst wie 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 sag man denn wie zäser war wer wer dedt wie krösus weiß nicht krösus die er neben die haben einfach keinen bock auf arbeit die sang okay ich arbeite weil die miete gezahlt werden muss und die machen keinen weiteren Handschlag in ihrem Job, als sie wirklich machen müssen. Und das finde ich auch okay, das kann man so machen. So einer bin ich nicht. Gegebenenfalls werde ich auch ab und zu als Workaholic bezeichnet, aber ich mache halt das, was mir wirklich Spaß macht. Das kann natürlich dann auch mal dazu führen, dass man ein bisschen länger arbeitet, aber ich denke, dass über kurz oder lang du mehr Motivation und Passion da reinsteckst und dann auch irgendwann der Erfolg von ganz alleine kommt, was dann Erfolg für dich auch immer ist, ja. Das heißt, du springst auf die Hypes auf, weil das dir Spaß macht? Nein, ich springe nicht auf die Hypes auf. Ich nehme mal den Beispiel Machine Learning und Artificial Intelligence. Ich finde das super interessant, was da GitHub Copilot und DeepMind mit Go und StarCraft macht, finde ich super interessant. Ich persönlich habe irgendwie gar kein Interesse daran, das zu lernen, weil es ist, glaube ich, einfach viel zu kompliziert für mich oder ich habe keinen eigenen Anwendungsfall, aber ich glaube, da kannst du auch sehr, sehr gut Geld verdienen, aber ich werde da auf diesen Hype nicht aufspringen. Ja, aber das wäre jetzt das Gleiche, wenn ich sage, ich springe nicht auf diesen Hype von Eiskunstlauf auf, weil klar, das mache ich nicht, damit habe ich wenig zu tun, aber du springst jetzt auf alle Hypes im Bereich Infrastruktur zum Beispiel gerne auf. Ich bin aber auch schon etliche Jahre im Infrastrukturbereich, das bedeutet, ich bin noch nie auf den Hype aufgesprungen. Ich war leider irgendwie mitten drin. Was ich damit sagen möchte ist, mach das, was dir Spaß macht und vielleicht auch, schau mal nach, dass du vielleicht nicht alle zwölf Monate die Industrie oder die Richtung wechselst. Ich meine, es gibt auf GitHub immer Repositories, das musst du lernen, um Frontend-Engineer zu sein, das musst du lernen, um DevOps-Engineer zu sein, das musst du lernen, um XY zu sein und dann schaut man sich diese Mindmaps an und diese Mindmaps sind unglaublich kompliziert. Da steht dann Nginx und Apache 2 und da steht da AWS Cloud und da steht da Azure Active Directory und dann steht da Prometheus und dann steht da, da stehen so viele Technologien. Ich habe von mehr als 50 Prozent keine Ahnung. Also jag nicht immer dem neuesten Hype hinterher, sondern schau einfach, okay, was macht dir Spaß und dann gibt sich die ganze Sache meines Erachtens nach über kurz und über. Wobei, da muss ich natürlich diese Leute verteidigen, die auch in die Breite gehen, weil ich selber auch definitiv eine Person bin, die gerne in die Breite geht und viel ausprobiert und ich bin auch der Meinung, dass es diese Generalisten auch braucht. Es braucht diese Leute, die wirklich fokussiert auf einem Bereich arbeiten oder in einem Bereich arbeiten und dort sich weiterbilden und die absoluten Profis in dem Bereich werden. Ich glaube, solche Leute braucht es, aber du brauchst auch Generalisten, die einfach links und rechts vom Teller auch mal geblickt haben, andere Bereiche kennengelernt haben. Vor allem, wenn es darum geht, ein bisschen mehr einen Überblick zu geben, wenn es um irgendwelche Technologien geht, wo könnte man hingehen, was gibt es sonst noch, was sollte man vielleicht nicht machen. Wenn man da eine gewisse Erfahrung hat in die Breite, klar kann man dann kein Spezialist sein und so eine AI entwickeln, die Google entwickelt hat oder DeepMind, das geht dann wahrscheinlich nicht, aber wenn man Grundverständnis hat, zum Beispiel in dem Bereich, kann das sehr hilfreich sein. Und mir persönlich hat das zum Beispiel immer viel gebracht, auch als Engineering Manager zum Beispiel, dass ich halt in vielen Bereichen mich einigermaßen ausgekannt habe und halt eine gewisse Grundlage gehabt habe, um auch mit den Leuten zu sprechen und zu diskutieren über diverse Bereiche. Also ich glaube, es gibt schon beide Herangehensweisen und ich glaube nicht, dass die eine besser als die andere ist. Ich widerspreche dir ja auch gar nicht und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir jetzt hier über Generalisten versus Spezialisten sprechen. Ich bin eher in der, ich meine, ich bin da ähnlich wie du. Ich schaue mir auch sehr, sehr viel an und ich schaue mir auch Frontend Frameworks an. Was hast du dir als letztes angeschaut, als Frontend Framework? Ich habe mir Vue.js angeguckt und habe auch echt lange gebraucht, bis ich das alles mal verstanden habe. Was ich aber damit meine, ist vielleicht nicht jedes Jahr den, den Job nach links und rechts in, äh, zu wechseln. Ja, also man kann sich ja sehr, sehr viel anschauen. Das ist ja auch super, weil ich denke, dass super viele Ideen aus anderen Bereichen genommen werden sollten und in deinem Bereich implementiert werden sollen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe einen alten Bekannten, der hat seine, seine, in der Doktorarbeit auch geschrieben und da ging es um, um Netzwerktechnik. Da ging es um, um Switch-Konfigurationen. Und was er damals gemacht hat, er hat, äh, die Methode des Continuous Integrations und Continuous Deployment aus dem Web-Bereich genommen und das für Switch-Konfigurationen umgebaut. Das bedeutet, Switch-Konfigurationen wurden automatisch immer deployed. Das war vor ein paar Jahren gefühlt Rocket Science, ja. Aber ganz unten drunter hat er einfach einen vorhandenen Jenkins genommen, der im Web ja sowieso schon da ist, ne, wo mit Web-Projekten deployed werden und hab da einfach einen Switch bespielt. Und das meine ich damit. Schau dir links und rechts was an. Das heißt ja nicht, dass du deinen kompletten Karrierefahrt ändern musst und mach das, was dir Spaß macht. Da kommt der Erfolg ganz von alleine. Ähm, ich würde aber auch bitten, mal ganz kurz, äh, über deine Definition von Erfolg nachzudenken. Ist Erfolg für dich ganz viel zu Geld zu verdienen? Ist Erfolg für dich, äh, Spaß zu haben? Oder kotzt du jeden Morgen, wenn du aufstehst und sagst, boah, jetzt muss ich schon wieder diesen Job machen? Dann sollte man das vielleicht ein bisschen überdenken. Ähm, oder ist da eine Einstellung, ich mach den Job, dass die Miete zahlt und lebe mein Leben, was auch völlig okay ist. Ja, super. Ich sag auch nicht, dass jeder einen Fünf-Jahres-Plan haben muss. Hast du einen Fünf-Jahres-Plan oder gehabt damals, äh, nach der Ausbildung oder in der Ausbildung? Ich hab jetzt keinen strikten Fünf-Jahres-Plan, aber ich habe, äh, immer ein, zwei große Ziele, auf die ich über kurz oder lang hinarbeite. Und dann schau ich, was dafür notwendig ist, ja. Und, ähm, wenn dafür, für mein großes Ziel, Beispiel, mehr Freizeit notwendig ist, dann schau ich nach, was kann ich entweder optimieren oder wo kann ich zurücktreten, ähm, damit ich mehr Freizeit habe. Oder wenn ich irgendwie ein Haus kaufen möchte und sage, ich brauche mehr Kapital, dann, und das ist wirklich, also dann bin ich mir aber auch sicher, dass das mein, mein, mein großes Ziel ist, dann überlege ich mir auch, einen Job zu wechseln, wo ich einfach mehr Geld zu verdiene, wo ich mehr Geld verdiene, um an mein Ziel zu kommen, ja. Aber ich hab jetzt nicht den Fünf-Jahres-Plan, ähm, ich bin jetzt Engineering-Manager und in zehn oder in fünf Jahren möchte ich mindestens 140 Leute leiten. Das ist mir völlig egal, ob ich zwei oder 20 leite, ja. Es gibt mir nicht mehr Power, sondern es macht den Job einfach nur komplizierter, denke ich. Aber, ähm, ich möchte einfach nur cooles Zeug mit coolen Leuten machen. Ähm, und mit dem Fünf-Jahres-Plan denke ich dir halt, überleg dir mal, ähm, was du mal so wirklich erreichen möchtest und schau dann, was dafür notwendig ist, ja. Und wie sehr du es wirklich möchtest. Hast, hast du einen Fünf-Jahres-Plan oder, oder hast du immer dich so treiben lassen? Also viele Leute beschweren sich bei mir immer, dass ich nicht einmal einen Wochenplan habe, geschweige denn einen Fünf-Jahres-Plan. Ich glaube, ich hab, ich hab, ich hab schon so, ich würd's fast Visionen nennen, aber es klingt sehr hochtrabend, Visionen, aber so, so Ziele, wie du's vielleicht nennst, so im weitesten Sinne, äh, wo man mal hingehen möchte, aber das ist alles sehr, sehr weit entfernt. Meistens damals im, im Studium zum Beispiel hab ich mir schon überlegt, okay, es wär mal cool mit irgendwie, mit einem Team zu arbeiten oder, oder solche Sachen, aber das, es sind sehr rudimentäre Ideen, Ziele und ich hab dann eigentlich am Weg einfach immer das genommen, was cool geklungen hat, im Sinne von Spaß gemacht hat und interessant war eine Challenge. Vielleicht auch mal einen Hype mitgenommen, aber ich hab ja auch lange an der Uni gearbeitet, da ist man ja quasi, die Vorstufe zum Hype, da erzeugt man im Idealfall die Hypes und muss ja an sowas forschen. Aber so, so wirklich konkrete Pläne hab ich eigentlich nie gemacht und probier mir da auch nicht zu sehr festzulegen, diesbezüglich. Ja, und jetzt machen wir hier einen Podcast über Software Engineering, Engineering Kultur, Technologie, Open Source und Menschen. und schau mal, wo du gelandet bist. In einem Gespräch mit dir ist doch sehr positiv. Ich sag ja auch, man muss nicht immer einen Fünf-Jahres-Plan haben und das hört sich jetzt auch alles total schulkuriert an, was ich da gerade gesagt hab. Ich mach auch viel Blödsinn nebenher. Ich lass mich auch total ablenken und lass mich auch abzutreiben. Also von daher, man muss nicht alles immer ganz so ernst nehmen, aber hier und da sollte man schon seinen eigenen Weg finden und nicht immer links und rechts gucken und zu sagen, uh, was hat die Person denn, das möchte ich auch erreichen, sondern einfach mal seinen eigenen Weg gehen. Und ich denke, dass Hypes helfen können, aber man sollte sie ein bisschen mit Bedacht einsetzen und nicht jedem Hype sofort hinterherlaufen. Also ich vergleiche das immer mit Hacker News Driven Development. Ja, man sollte nicht jede Datenbank, die auf Hacker News heute Abend auftaucht, einsetzen, sondern vielleicht auch erstmal ein bisschen mit rumspielen oder erstmal warten, bis ganz viele Leute ganz schwierige Erfahrungen damit gemacht haben. Also ich glaube auch, dass das ein ganz guter Tipp ist. Man sollte sich mit neuen Technologien beschäftigen. Man sollte sich, glaube ich, mit Hypes beschäftigen, meiner Meinung nach. Man sollte sich das anschauen, zumindest wenn man Interesse hat, das auszuprobieren. Da eignen sich übrigens Side-Projects auch sehr gut, wenn man welche hat, um einfach neue Technologien mal auszuprobieren, weil da bekommt man dann sehr schnell raus, ob die Technologie wirklich was kann oder drauf hat, bevor man sie wirklich produktiv irgendwo einsetzt. Da könnte man mal Folge 1 und 2 von uns hören, da haben wir viel über Side-Projects gesprochen. Und sonst bin ich aber eigentlich auch eher auf deiner Seite, Andi, dass man eher klassische Software, gut getestete Software für wichtige Produkte und Projekte einsetzen sollte, ganz klar. Und man glaubt gar nicht, wie spannend teilweise alte Technologie sein kann. Okay, das nehmen wir mal als Abschlusswort. Wir haben ein bisschen über den Karrierepfad, über Hypes in Machine Learning, Artificial Intelligence, Job Titles, fünf Jahrespläne und weiteres gesprochen. Es war eigentlich eine ziemlich freie Episode, mal was anderes im Gegensatz zu den etwas mehr Strukturierten, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Lasst uns auch mal wissen, was ihr von so einem Format haltet, ob das interessant ist zuzuhören, ob ihr mehr davon wollt oder eher durchstrukturierte Episoden mit einem ganz klaren Fokus. Und legt bitte nicht jeden Satz auf die Goldwaage, sondern betrachtet nur im... Naja, Andis Sätze könnt ihr schon auf die Goldwaage legen. Also man sollte Andi schon genau sagen, was er falsch gemacht hat. Betrachtet es immer im Kontext. Und was wir noch nachreichen werden, sind die ganzen Links, wie zum Beispiel die Engineering Growth Passes von CircleCI oder die Matrix, was ein Senior Engineer und was ein Staff Engineer machen soll. Da gibt es ein paar Webseiten, die verlinken wir alle in den Shownotes. und auch, wer Krösus war. Das werden wir noch recherchieren. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Und lasst uns vielleicht auch wissen, ob ihr Levels in eurem Unternehmen habt oder Titles oder ob ihr ohne Titles auskommt. Am besten auf Twitter, damit es auch andere lesen können, was es denn so in anderen Firmen gibt oder welche Modelle es in anderen Firmen gibt. Und sonst, wenn ihr natürlich Feedback oder Ideen habt, wie immer, bitte gerne an stetisch at engineeringkiosk.dev Und dann freuen wir uns schon, dass wir uns nächste Woche dann pünktlich ab Dienstag wiederhören. Bis bald. Ciao. War eine sehr, sehr opinionated Folge, glaube ich.